Oh, oh, Digga! Oh, das ist halt schon ein bisschen... Digga, war ein... Guck mal kurz! Einmal auf Kurse, Pose, Pose... Drei, zwei, drei... Ich meine, es ist ja eine tolle Weihnachtskulisse, aber... Irgendwas fehlt, aber... Ich hab's, ich hab's Jungs! Was macht uns aus? Ein Aufzug. Das ist wieder. Ja. Die wissen noch gar nicht, wer wir sind. Regie, haben wir hier irgendwie einen Aufzug? Habt ihr irgendwas Cooles? Ich meine, ihr wisst ja, dass wir heute kommen, die Elevator dabei sind und dann ist hier kein Aufzug. Ich hab hier nichts vorbereitetes zum Thema Aufzug. Klar, dann reicht auch so. Ich glaub, ich hab da eine Idee. Was können wir machen? Oh! Oh! Okay, okay, okay. Ja, das ist gut. Das ist gut. Fragst du Musik? Seid ihr soweit? Ja, wir sind ready. Drei, zwei, eins! Das ist doch mal angemessen. Das war unser Auftritt. Das war unser Auftritt. Das war unser Auftritt. Und damit, herzlich willkommen zu unserem Livestream hier. Wir machen jetzt heute ein richtig, richtig cooles Backen hier mit euch. Herzlich willkommen. Das ganze Sponsor bei TikTok. Vielen Dank an TikTok da an der Stelle. Und es wird lustige Challenges geben. Wir werden einiges an Spielen spielen. Aber hauptsächlich werden Kekse gebacken und damit fangen wir dann auch gleich an. Und ihr seid komplett mit eingebunden. Bedeutet das ist hier ein interaktiver Livestream. Bedeutet nicht, dass wir die ganze Zeit nur Monolog führen, sondern es ist ein Dialog mit euch zusammen. Das heißt, ihr könnt heute mitentscheiden, was wir für Strafen ausführen müssen, später ein kleines Spiel. Ihr könnt uns Fragen stellen über den ganzen Stream. Also tobt euch aus und wir werden die Kommentare auch mitlesen. Aber die eigentliche Bombe von diesem Stream wird sein, dass wir eine Info verraten, die unser gesamtes nächste Jahr betreffen wird. Das Jahr 2022. Wir haben Riesenpläne. Wir haben es noch gar nicht an die Öffentlichkeit getragen. Von daher, wir werden immer mal wieder kleine Hints droppen. Von daher, vielleicht kommt der drauf, aber am Ende des Streams werden wir es auch verraten. Oder Jungs, kann man machen. So ist es. Dann werden wir die Bombe heute droppen. Und damit, lasst uns loslegen. Womit brauchen wir es? Plätzchen backen. Jetzt geht sie rüber. Und wie es ganz klassisch anfängt, ist es so, was braucht man für Plätzchen? Einen Teig. Einen Teig. Also ganz kurz, ich glaube, meine Mom hat mir hier noch irgendwie ein Rezept mitgegeben. Ah, die Claudia, Mensch. Da hat sie mal wieder einen rausgehauen. Da hat sie mal wieder einen rausgehauen. Da hat sie mal wieder einen rausgehauen. Habt ihr schon mal ein Plätzchen gebacken? Vor fünf Jahren, oder? Also das ist schon länger. Also ich muss echt sagen, ich habe sie schon mal ausgestanzt und dekoriert, aber ich habe noch nie selbst ein Plätzchen Teig wirklich gemacht. Hört mal in die Kommentare schreiben, ob ihr irgendwie schon öfter mal ein Plätzchen gebacken habt. Ich persönlich jetzt noch nicht. Möbel beteiligt. Das wäre nicht irgendein Teig. Dann seht ihr unser erstes Mal Plätzchen. Seit Tatsache. Tatsache. Aber Jungs, ist euch eine Sache aufgefallen? In diesem kompletten Setting, was ja so wunderschön weihnachtlich eingerichtet ist. Ich wollte gerade sagen. Es gibt eine Sache, die hier gar nicht so richtig reinpasst. Also abgesehen von der Mütze. Aber wir haben unseren Flamingo. Und eine Sache, ich habe mir das ausgedacht. Das haben wir hier als Team gemeinsam ausgearbeitet. Da ist ein kleiner Lacher zwischendrin. Es wird einen Sound geben. Und wenn dieser Alarm kommt, genau dieser Alarm, das ist unser Flamingo-Alarm. Da müssen wir drei, egal was wir machen, haben wir gerade ein Ei auf dem Kopf. Egal wie, so schnell es geht hier rein. Der letzte da drin ist, dem blüht eine Überraschung. Also Jungs, seid fix. Ich stelle mich am besten schon mal auf die Seite hier, Tim. Ich auch sage. Ich werde dich so asozial backtacken. Wo ist das Alper mit den ganzen Comments und so, dass wir auch sehen können, was die Community schreibt. Genau. Das wäre aber schön. Das Community-iPad. Aber ich würde sagen, fangen wir mal an. Wir haben es mal an. Jetzt schon. Vielleicht liegt es ja schon im Flamingo-Kasten. Mal einer kurz tauchen gehen. Geh doch mal kurz tauchen, Luis. Ja, ne. Ich glaube nicht. Ich äußerst jetzt. Ganz spontan. Eieiei. Für den Mürbeteil. Fangen wir mal an zu backen, oder? Wenn wir hier ganz normal backen, ist das eigentlich doch zu langweilig. Ich finde, wir sollten irgendwelche Challenges einbauen, oder? Ja, lass uns erstmal anfangen. Wir sollten irgendwie etwas schwieriger gestalten. Ich meine, für uns gestandene Backprofis wäre jetzt ein Witz. Was fällt dir da ein? Ich wollte gerade sagen, wollen wir jetzt erstmal hier Witz starten? Auf jeden Fall. Was wollen wir als erstes? Kalte Butter. Sind das alle Zutaten, die wir haben? Ich weiß nicht, ob die jetzt kalt durchgeht. So, die ist zur Zimmertemperatur. Dann schauen wir doch mal. Wir haben nämlich auch einen richtig freshen Kühlschrank hier. In unserem Wohnzimmer des Weihnachtsmanns gerade schon. Ich versuche hier drüben schon mal irgendwie was auf die Beine zu stellen. Guck mal, hier ist doch kalt. Hier ist doch Butter. Die ist doch kalt. Die ist doch kalt. Schmeiß mal drüber. Das kann auch werden, ey. Ab geht's. Was brauchen wir noch? Obwohl. Wir sind jetzt hier also Knoblauchzehen. Die ist wirklich fast schon Steinhardt. Oder die ist zimmertemperatur. Ich weiß es aber nicht. Ich nehm noch eine Banane mit. Ja, nehmen wir noch mal die. Auf gut Glück. Warte, müssen wir die nicht erst hier reinstellen und dann noch mal kalibrieren? 250. Das hier sind schon mal 250. Ach, kommen wir jetzt. Also mal ganz ernst. Ihr könnt ja jetzt hier nicht rumstehen und einfach sagen, wir backen jetzt Plätzchen, oder? Ist doch viel zu langweilig. Irgendwas müssen wir doch irgendeinen kleinen Spice bauen. Was können wir denn für Challenges kommen? Das ist irgendwie eine Challenge einbar. Keine Waage? Ja, das ist keine Waage. Dann machen wir das erst mal ohne Waage, oder? Machen wir das Ganze ohne Waage? Ja, Rekstyle. Ich krieg die grad eh nicht kalibriert. Guck mal, was hier liegt. Warte mal, wie viel Gramm Butter stehen da drauf? Das können wir auch endlich mit den Leuten interagieren. Du bekannst den Block. 250 Fachzeuge. Oh ja, optimal. Sehr nice, sehr nice, sehr nice. Es sind auch schon ein paar Leute drin hier. Ich mach hier ein bisschen was vorlesen. Ich glaube, das Plätzchen wird heute nichts. Lieber Glas. Haben wir was zu trinken da? Noch nicht um die Uhrzeit. Weizmehl. Wir brauchen Weizmehl, Jungs. Da ist Mehl. Ja, wir haben noch. Also, seid ruhig, fleißig, schreibt uns gerne ein paar Tipps und Tricks, die man mal gut verwenden kann, wenn es ums Weihnachten backen geht. Weil wir sind trotzdem nicht die gestanden Profis. Und auch wenn ihr so Fragen habt, raus damit. Wir können auch immer gerne mal sagen, wenn mal so ein kleiner Prank einfließen soll, was ich hier mit den Jungs mal machen soll, während die hier gerade schön am Backen sind, dann werde ich das auch mal versuchen. Das heißt schön, fleißig, Challenges, Pranks, was auch immer. Mehl haben wir. Zucker haben wir. Erstes Handicap. Jakob. Du wirst jetzt 400 Gramm Weizmehl reinmachen, ohne zu gucken. Ohne zu gucken. Du musst nur mit deinen Händen abwiegen. Ohne zu gucken. Ohne zu gucken. Und jetzt die Augen, amigo. Und dann. 400. Ne, er muss ja selber schätzen, wie viel 400 ist. Dann müssen wir auch gut gekauft. Also eigentlich musst du jetzt gut schätzen. Sonst haben wir ein Problem. Ja, okay. Wo ist der Sack? Wo ist der denn? Darf ich? Da. Gerne. Das ist auch das Mehl. Wie viel sind die drin? Ist ein Kilo, zwei Füße drin? Das muss ich mal nicht verraten, oder? Ich glaube, das ist ein Kilo. Ist ein Kilo? Ja. Wo ist die Füße? Hier? Direkt vor dir. Eieiei. Lieber Scholli, du. Eieiei. Ein bisschen höher halten? Obwohl nicht. So? Ich glaube, das war ungefähr die Hälfte. Ja. Guck mal. Ist das so? Ich glaube, ja. Ich finde es gut. Junge, was ist das denn? Immer eine kleine Zuckerladung für den Süßen. Ein kleines Süßen. Ey, Bro, das war, glaube ich, viel zu viel Mehl. Digga, das ist fast der ganze, das sind 600, 700 Gramm, safe. Wir machen heute Mehlteid. Das waren noch 400 Gramm, oder? Ich hätte schwören können. Also ich glaube, das war ein bisschen zu viel. Oh, du, jetzt habe ich aber auch ganz schön Zucker in der Friese. Junge, Junge, Junge. Okay. Step one ist getan. Step two. Ich habe keine Ahnung. Zucker. Zucker, okay. Zucker. Ich hole auch schon mal hier den Mixer von drinnen raus. Zucker. Einer mit dem Zucker. Dieser Zucker brauchen wir. Oh, 200. 200 Gramm, mein Freund. Sehr gut. Ich weiß nicht, kennt ihr das noch von damit? Also das war für mich immer damals das Highlight nach dem Plätzchenbacken. Ich weiß nicht, wie es für euch ist, diese Dinger abzulecken. Aber einen Tipp gibt es da, falls ihr dieses Jahr noch Plätzchen backen solltet. Versucht eure Zunge erst dann reinzustecken, wenn der Strom ab ist. Also das kann ich auf jeden Fall empfehlen, sonst geht das gar mal hinten los. Ganz kurz jetzt mal wirklich. Ich habe genau dieselbe Kindheitserinnerung. Wer von euch hat noch diese Kindheitserinnerung? Die hier von seiner Oma oder von seiner Mutter in die Hand gedrückt zu bekommen. Und dann heißt es, da läuft ihr jetzt mal den Teig abschlecken. Ey, es ist so Kindheit-Weihnachten-fest. Das ist wirklich schön. Durch und durch. Ist das die Vanillepulver, oder? Das ist Bachpulver. Warte mal, die Steckdose brauche ich mir hier drüben. Ich schließe das Ding hier schon mal an. Wir müssen dann die gleich schon probieren. Irgendwo Vanillepulver brauchen wir noch, Kinder. Vanillezucker. Zwei Päckchen. Vanillezucker. Habt ihr da welche? An sich müssen wir mal... Ja, ein guter Tipp, oder? Ja. Wir müssen mal ein bisschen rumschauen, ihr Lieben. Also bisher haben wir jetzt eigentlich noch keinen Hint gedroppt bezüglich unseres großen Geheimnissen. Das sind wir hier ohne Community kümmern. Aber... Ja. Leute. Worum glaubt ihr denn das nicht? Ich kann ja mal reinschreiben. Genau, schreib mal rein. Ich bin direkt dabei. Worum handelt sich das Geheimnis? Was haben wir vor? In unserer ganzen Crew. Übrigens Benne und Julien sind natürlich heute eigentlich auch da. Die sind schon in der Heimat. Ui. Boah. Also stimmt. Wir brauchen noch Eiern. Die müssen wir auch... Eier. Ich habe gerade einen coolen Vorschlag gelesen. Ähm... Als eine... Ja, wie soll ich sagen? Als eine Challenge. Ja. Wir müssen ja Eier ausschlagen. Ja. Und das macht ihr zwei jetzt mal. Aber jeder darf nur eine Hand benutzen. Schon recht. Und dann schauen wir mal, ob der Teig jetzt knusprig wird oder doch so zart wie er eigentlich sein sollte. Vielleicht ein bisschen mit Crunch. Aber schauen wir mal. Ja. Also... Hier heißt... Hier wird viel in Richtung USA. Wandert auf. Brauchen wir noch irgendwas auf dem Kühlschrank? Das bleibt spannend. Ihr bleibt dran. Wir werden ein paar Hints dropen. Aber... Mal schauen. Wenn wir einen hint droppen und ihr solltet... Fuck, ich habe mich getroffen. Das wäre ein Ei. Digga. Du wirfst ein Ei. Nein, ich wollte eigentlich nur wissen, ob wir noch irgendwas auf dem Kühlschrank brauchen. Ja, okay. Okay, aber locker. Ja, ja. Normal. Ich fange das. Komm. Mit deinem Mund. Komm, mach mal. Oh! Mach mal gut. Ein Ei hat überlebt. Brauchen wir noch irgendwas auf dem Kühlschrank Milch? Ja, eins brauchen wir noch. Aber zwei Eier. Schmeiß das mal ein bisschen mehr mit Schmackes. Die Kameramänner, die sehen wir hier gerade so ein bisschen... Ich weich aus. Die wiegen sich in Sicherheit. Ehrlich. Ja, dann auch machen wir, ne? Gib ihm noch mal richtig Schmackes hier. Ohhhh. Wir wissen das eigentlich, wenn man hier die Kamera an der Hand hat, kann man dann parallel auch ein Ei fangen. Wollen wir das mal probieren? Brauchen wir noch irgendwas? Wollen wir mal ein Ei fangen? Glaubst du, schaffst das? Okay. Stopp. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Es ist kaputt. Gute Teppich. An die Regie. Was machen wir denn mit dem Teppich? Schütter? Ich glaub, Luis... Machen wir da rein? Ich glaub, wir wollten wir mal Jojo in die Wohnung stellen. Oh, wir haben ja noch Deko und so. Okay, okay. Erstmal machen wir jetzt das Ei da rein. Genug Eier gebaut, oder? Bro. Uiuiuiui. Das war knapp. Das war echt fast kaputt. So. War ein guter Cash. Ja. Jetzt machen wir das mal richtig schön. 3, 2, 1. Oh, okay. Das war gut. Da unten. Daumen rein. Und... Das war herrlich. Hervorragend. Hervorragend. Den Step, den haben wir schon mal erledigt. Wollte ich grad mal gucken. Sonst noch mal ein bisschen. Ich guck grad mal, was die Leute in den Kommentaren sagen. Was brauchen wir noch? Zitronenabreden. Oh! 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 Ich hab so ein Ellbogen ins Gesicht bekommen. Okay, geht da. Geht's dir gucken. Was war hier? Geht's dir gucken. Oh, ich weiß nicht, ob ihr das gerade gesehen habt, aber ich hab so einen Ellbogen zwischen meinen Augen bekommen. Okay. Aber die sagen, ey, ich war auf jeden Fall ziemlich flott hier drin. Wir waren letzter. Ey, du warst, Leute. Ich glaub, du warst letzter. Ey, du warst letzter. Ich bin eigentlich... Oder wir lassen einfach mal die Community abstimmen. Ich bin im Kopf rüber hier reingesprungen. Also ich hab... Wer der Langsamste war? Siehst du schon mal? Du musst mal gegen den Ellbogen. Ja, anders. Ich bin richtig gesprungen. Ich dachte auch, du gehst runter. Also... Lass mal einmal kurz gucken, was die Leute sagen, wer der Langsamste war. Aber viele sagen schon... Jakob. Nein, 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 nein. Doch alle sagen Jakob. Nein, nein, nein. Ich seh... Nein, nein. Ich seh hier Tim. Jede Menge Tim. Guck mal, guck doch. Da steht überall Jakob bei der Letzte. Ah, ist doch Käse. Wir haben hier nämlich auch noch so einen schönen Korb mit... Strafung. Mit Strafung. Und da darf der Jakob sich jetzt mal eine rausziehen. Was sag ich doch? Nicht hinlunsen. Ja. Das steht drauf, nichts vor. 20 Winter-Sit-Ups. Ja. Wird ja auch noch sportlich. Aber eine gute Sache. Man kann schon mal die Kalorien, die wir uns gleich anfottern, abtrainieren. Also... Ich würde sagen, neben den 20 Winter-Sit-Ups, wenn ihr noch einen richtig coolen... Eine richtig coole Straf für den Jakob hat, dann lasst mich die jetzt schnell wissen. Schnell. Dann kann ich... Können wir die noch umsetzen. Weil gerade ist er noch dabei. Aber ich würde sagen, eigentlich beim Winter-Sit-Ups musst du eigentlich auch ein bisschen was abbekommen. Jakob bekommt jetzt hier die erste Straf. Ja, okay. Ihr könnt mich... Okay. Eine Sache. Ich... Ach... Okay. Okay. Das sieht ganz falsch aus von hier unten. Ja, leg los. Amigo, komm. Hier, 12 auf 1. Uff! 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 Hey, eigentlich haben wir ja versprochen, wir machen... Wir machen egal. Der ist ein kleines Glitzer, ja. Stark. Stark. Nö demn ich mir mal kurz nehm den Mund. Wo sind wir so weitergepapiert? Uff! Wir haben vielleicht mal... Nüsse zerkleinen. Uff! Ey, film mal jemand kurz nehm den Mund rein. Da ist so viel Glitzer drin. Das ist jetzt, kennt ihr diese kleinen Edelsteine, die auf die Zähne kleben kann? Das ist ja so ein chirurgischer Eingriff, ganz einfach komplett drüber sprechen, das funktioniert genauso. Wir müssen jetzt hier noch ein bisschen was hinzufügen. Okay. Was kommt weiter? Zitronenabrieb. Haben wir Zitrone? Was? Wir brauchen einen Abbruch. Dann haben wir bestimmt irgendwie was zu abschaben. In der Zwischenzeit check ich jetzt noch mal ganz kurz, dass ihr das in die Kommentare schreibt. Ähm. Abbrieb. Goldener Jakob. Wo mich kann ich abreiben? Messer. Ist das Video echt? Ja, natürlich. Das ist echt. Nein, nein, nein. Das ist live. Also ich glaube, die Leute checken das vielleicht noch nicht so ganz. Wir sehen eure Kommentare. Wir können darauf eingehen, das ist live. Also das ist wirklich echt hier. Andere Musik bitte. Das ist ja mal Frechheit. Okay. Also aber unser eigentliches Main bist es. Boah. Ich wusste nicht wohin mit der ganzen Flörre. Ich wusste nicht auf den Tisch. So, wenn wir später nochmal Wasser brauchen. Das ist Jakobs Spucke. Boah. Bro. Hey. Hast du hier fließend Wasser gesehen? Ich nicht. Ich kann jetzt hier so schlecht mit so einem Sieb. Okay. Gebt uns doch nochmal einen Vorschlag. Danke sehr für die andere Musik. Eine Sprache, die wir quasi umsetzen können. Beziehungsweise ein Handicap, mit der wir jetzt quasi den Teig finalisieren müssen. Also wenn ihr da was habt, kommt die Kommentare und wir versuchen es umzusetzen. Also Jakob, hier fragt jemand, ob man die Spucke auch kaufen kann. Die kann man auch verkaufen. Ist ab sofort auf Ebay erhältlich. Die Einnahmen davon gehen an gemeinnützige Spucke. Gemeinnützige Spucke. Also Leute, ich weiß jetzt nicht. Also ich weiß gar nicht, was haben wir denn? Ist das wirklich live? Ja, das ist wirklich live. Das ist wirklich live. Das ist wirklich live. Abraspeln. Abraspeln. Wir wollen eine Raspel. Vielleicht ist hier auch irgendwie Zitronen. Ähm. Mensch. Haben wir irgendein? Kommst du eigentlich schon? Klar da hinten? Guck mal. Hast du lacke Sachen oder was? Haben wir hier, ah, hier sind schon mal Plätze in Form. Das ist schon mal, äh, hiermit können wir auch arbeiten. Also dann zu Noten. Okay Tim, dann komm her, wir nutzen deine Zähne. Wir schreiben das jetzt an deinen Zähnen. Ich kann's probieren. Ich kann's probieren. Ich kann's probieren. Aber dann ist dann nur so eine Schale. Boah, das ist ja so unangenehm. Bah, wie können wir das abpassen? Musik zu laut. Musik zu laut. Musik bitte leiser. Das schreiben viele rein. Hier, Kinder. Hier, Kinder. Ich hab... Nehmt doch einfach ein Messer, sagt die Community. Mach's kurz. Wir haben kein Messer gefunden. Das ist doch mal Papa machen. Aber ich glaub, wir haben ja keine Messer oder was? Wir haben was gefunden. Doch, wir haben was gefunden. Dann schnitzen wir mal ein bisschen Zitrone. Zitrone abrieben, okay. Nüsse zerkleinert. Okay. Ich fang schon mal an. Ist die Musik immer noch zu laut? Falls ja, dann schreibt's gerne in die Kommentare. Wir haben das, glaub ich, ein bisschen leiser gemacht. Okay. So. Stark, okay. Ich knack ein paar Nüsschen. Wenn du grad irgendwelche Fragen hast, die die Leute an uns haben, dann hau die grad gerne raus. Die Fragen zum Teil auch, wo Ben und Julian sind. Die restlichen von der eigentlichen Fünfergruppe, die wir normalerweise sind, sind leider heute verhindert. Die können leider heute nicht mit dabei sein. Die sind schon zu Hause einfach bezüglich Weihnachten. Genau. Die warst schon ein bisschen, aber die... Super lange ihre Families nicht gesehen. Deshalb sind die jetzt zu Hause. Ich glaub irgendwie Nüsse zerkleinert schwierig. Wollen wir die irgendwie kleiner machen? Warte mal. Da haben grad Leute gesagt, macht den Teig blind. Oh Gott. Vielen Dank für den Komment. Aber fang jetzt nicht mit mir. Okay, wer möchte... Jakob, ich glaub du kriegst... Ich hab doch jetzt schon mal die Augen verbunden gehabt. Echt? Du kannst mich doch nicht schon wieder hier... Da kommt dann Tim. Oder wir verbinden euch die einfach beide zusammen. Oder müssen die Köpfe so zusammenhalten. Luis, ich will nur... Ey, ich will nur sagen, ich kann grad schummeln. Ja, okay. Das ist ja irgendwie sinnvoll. Ich will nur dran erinnern, ich hab ein Messer in der Hand. Okay, dann machen wir Tim. Okay, also das ist doch genug Abrieb, oder? Wie viel Abrieb braucht... Nimm mal kurz, ich kenn mich ja nicht aus. Aber die Leute irgendwie, die kennen sich ja vielleicht aus. Ist das schon Abrieb genug an Zitronen? Minimal fester? Okay. Passt das? Eigentlich. Mal gucken. Schreib mal, ob das passt. Weil vielleicht sind ja irgendwelche Backexperten drin. Okay. Ich guck mal ganz kurz, was die dazu sagen. Alright, Leute. Machen wir das richtig hier mit dem Zitronen? Ich muss mich noch ein bisschen guiden. Ich kann auch noch Nüsse knacken. Nüsse knacken. Nüsse knacken. Ah genau, Nüsse knacken. War auch noch ein Punkt, ne? Da hab ich ne Idee. Aber die sind doch viel zu groß. Die müssen doch erstmal zerstampfen oder so. Die müssen ja... Das ist ja so eine Krüme sein. Wieso hast du denn die... Hey Tim, was machst du denn eigentlich mit den Nüssen? Nüsse, Leute. Ja, aber du schmeißt sie da rein, oder sie zerkleinert sich. Aber ich hab ne Idee, Tim, ich hab ne Idee für dich. Als Handicap. Der Abrieb ist zu groß. Das muss viel kleiner sein. Ah shit. Okay, Tim, ich hab ne Idee für dich. So als... So mal ne coole Idee... Nein! Du musst die... Du musst die Nüsse jetzt mal... Wir müssen jetzt bisschen Gas geben. Du musst die Nüsse mal mit deinem Kopf... Mit deinem Kopf mal knacken jetzt, komm. Oi! Alter! Warum geht das Ding so ab? Was passiert? Ich hab das auf eins. Guck dir, Alter, sie können wir nicht hin. Ich guck lieber wieder weg. Ich hab das auf... Warum fliegt hier alles durch Hygiene? Okay. Okay. Also Nüsse sind jetzt hier langsam auch... Schon klein gemacht. Alter, das geht hier nicht. Wir brauchen ja irgendwie... Irgendeine Flüssigkeit. Wo hast du das Rezept von deiner Mutti hin? Ja, hier... Darauf liegt gerade hier das Messer. Guck mal hier... Komm, das passt doch schon so ab. Guck mal, mit Glitzer-Effekt haben wir jetzt hier ein bisschen... Etwas mehr für Zucker... Ja, okay. Ah! Haben wir Milch? Wir brauchen ja keine Milch. Komm mal, du... Citronen... Nee, warte mal... Komm, ich knete das mal durch. Haben wir... Haben wir zwei Eier drin auch? Braucht man das Ding überhaupt, um den Plätzchen-Tag zu machen? Dann frag mal bitte ganz kurz hier... Die Community, ich check mal kurz. Ja, Leute. Aber eigentlich sieht das doch schon fast gut aus hier, oder? Die Musik ist zu laut. Immer noch. Anscheinend. Ich glaube, ich komme zu dir. Die gerade als Feedback reinbekommen. Ah, die Hände nehmen. Okay. Ja, man soll es echt mit den Händen zerkneten. Guck, da hatte ich doch den richtigen Riecher hier, oder? Die Musik stresst wohl. Okay. Okay. So. Boah. Also, aber es sieht doch schon sehr teigig aus hier. Das kann doch nicht... Das kannst du nicht einfach mich einmal in Ruhe diesen Keksei kneten lassen. Das steht ja irgendwie. Das passt besser zu diesem Plätzchenbacker, weil... Okay. Ich hab so Lust, Teig zu schmecken. Ja, dann nimm mal. Nimm die mal ein Stückchen. Aber da sind halt... Nein, nimm die drum, ne? Komm. Ja? Ja, klar. Rohe Eier ist immer gut. Okay. Also, kann man den Teig jetzt schon mal so ausführen? Okay. Fertig, Mann. Okay. Ja, der sieht gut aus. Also, ich finde, der sieht gut aus. Und es muss ja auch nicht gut aussehen. Es muss ja auch einfach schmecken im Endeffekt. Wir müssen uns jetzt mit dem Teig hier mal ein bisschen beeilen. Hast du? Kannst du mir das mal von den Griff... Oh, da ist so eine Schade. Da ist eine ganze Lust drin. Boah, das war viel Butter. Komm, hier. Das einmal von den Händen runterreißen. Das ist viel zu klebrig. Warum klebt der denn so krass? Komm mal her. Oh, du hängst... Ich häng da fest bei dir. Okay, also... Wir brauchen mal ein bisschen Mehl an den Händen hier. Glaub ich. Achso, kannst du mal ein bisschen Mehl drauf? Mach mal ein bisschen Mehl. Oh, das ist gut. Ja, das passt. Das ist optimal. So ist doch perfekt. Hier ist auch noch ein bisschen was, Jungs. Oh, du machst es gut. Aber hast du nicht auch mal... Hast du mal in einer Pizzeria gearbeitet? Ja, safe. Nein, hab ich nicht. Echt? Okay. Sein eigentlicher Name ist Giovanni. Das ist jetzt so professionell. Giovanni Freitag. Giovanni Freitag. Der klebt anders. Warum klebt dieser Teig denn so krass? Ja, das ist aber gut für den Teig. Mal kurz die Community, warum der Teig so klebt. Das kann ja gar nicht wahr sein. Ihr backt auch grad Plätzchen, schreibt Giovanni. Crazy. Okay, also... Das kann ja hier nicht werden. Das ist wirklich eine Katastrophe. Ja, die haben wir auch gesagt. Ein bisschen mehr Mehl benutzen. Mehl? Mehl. Mehr Mehl. Okay. Magst du mir das grad mal von der Hand bisschen abschleichen? Okay. Ein bisschen, komm bitte. Wir müssen jetzt Plätzchen aus dem Blech kriegen. Ja, was? Deine Hände sind noch komplett sauber. Jetzt fangen wir jetzt hier nicht an, dass deine Hände sauber sind. Also. So. Wir müssen jetzt hier das Blech machen und auch die Plätzchen ausstechen. Jawoll. So. Ja, jetzt kannst du gleich meine Hände sauber machen. Ich glaub, der wird zu doll kleben. Das ist jetzt der Käse hier. So. Okay, komm. Da muss Mehl drunter. Nein, nicht aus Blech. Nein, bist du das Wahnsinns. Nicht auf dem Blech, nicht auf dem Blech. Doch, das muss es sein. Aber hier verteilt. Warte. So, wir nehmen das jetzt. Ne, wir nehmen das jetzt hier. Eieiei. Ich glaub, das eine oder andere Bäcker herzblutet. Ja. Aber guck mal, es sieht doch schon mal gut aus. Ich freu mal hier ganz kurz den Tisch leer, dass wir hier nicht mehr so ein Chaos haben. Ja. Okay. Eieiei. Ja? Prima. Willst du mal Teig probieren? Wollt ihr auch mal ein bisschen Teig probieren? Bisschen Teig? Ich probier mal, okay? Wieso Teig geht immer? Eieiei. Dann steck ich einfach über den Rest des Livestreams jetzt einfach meine Finger weg. Und dann sind sie auch sauber. Ey, was halte ich denn davon, wenn wir ein großes Plätzchen machen? Also ich kann auf jeden Fall mit meinen... No joke, das klingt zu sehr. Heißt das dann Plätz? Verstehst du? Ich verstehe nicht, oder? Komm, das stechen wir jetzt aus, Jungs. Oh, lecker. Was denn? Das sollen hier immer noch Plätzchen werden, ja? Wir sind hier nicht... Okay. Wir wollen nicht einen Louis packen. So. Also, Pam. Erster. Zack. Der Backofen, hab ich gesehen, der ist ein Vorgeist. Jakob, was ist denn hier deine Lieblingsform? Ähm. Ich bin schon ein Stern hier. Haben wir irgendeinen Grund? Ein Herz. Ja, ich hab den... Rentier hatten wir schon. Was ist das? Snapchat-Burst mit drin? Ja. Wie schaut's aus? Okay, klar. Ey, das ist so geil, ne? Jetzt können wir jetzt die ganze Zeit die Finger ablecken. Aufstechen. So, jetzt machen wir einfach... Guck mal, wir sind so clever. Wir machen jetzt hier einfach den Rand weg. Ne, wir lassen das alles da. Machen einfach nur den Rand weg. Und heben dann im Endeffekt die Dinger an. Echt? Ja, das ist ja auch eigentlich... Soll man das auch anders machen? Oder oder? Eigentlich sind wir vielleicht dann doch keine Wecker. Nee. Vielleicht haben wir am Anfang doch ein bisschen... Einfach so groß wegkratzen. Vielleicht hätten wir doch irgendwie ein bisschen... Also meine... Ich weiß gar nicht, wie ich meine Hände sauber kriegen soll. Das klebt halt so... Ey, Leute, hier ist irgendwas sauhartes drin. Könnte vielleicht noch eine Schale von... Die Lüste, die du wahrscheinlich reingeschmissen hast, mein Sohn. Okay. Wollen wir das Ding jetzt einfach mal so reinschmeißen? So, warte. Haben wir hier irgendwie mal... Eine Handdose oder so? Nein, äh... Machen einfach mal rein damit. Jungs. Alright. Wollt ihr eigentlich gerade nach so ein bisschen was zum Saubermachen suchen. Aber ich habe hier so ein mysteriöses Buch gefunden. Nein. Kennt ihr das? Das müsste dir doch eigentlich bekannt vorkommen, oder? Also habt ihr das ausgeklagen? Okay. Okay. Und wir machen jetzt was. Nein. Wir machen jetzt was. Ich habe gerade hier Tims Tagebuch gefunden, okay? Wir setzen uns jetzt... Hier drüben hin. Warte mal, ich erkenne... Warte mal, ich erkenne... Warte mal, ich erkenne... Warte mal, ich erkenne mich echt, wie sowas passieren kann. Wie... Woher kommt es jetzt? Wir haben jetzt ein Tagebuch... Wo kommt es her? Wir setzen euch jetzt dagegen über... Nehmt einen ordentlichen Schluck Wasser in den Mund... Und dann lese ich euch mal Tims Tagebucheintrag vor. Hey. Gut. So. Ich bin mal gespannt. Meine lieben Contestin, selbst zu euch. Was du da so runterschreibst, mein Junge. Hm. Ich auch mein Junge. So. Hinsetzen, Jungs. Wasser. Das mache ich jetzt mit meinen Händen. Ja, das ist... So. Ups. Hey, alright. Also wenn es jemanden tragen kann, dann bist du... Okay. Alter Vater. Das geht doch. Alright. Okay, Jungs. Wasser im Mund? Wasser im Mund, bitte. Okay. Und was passiert mit dem Wasser? Oder schon? Ne. Das behältet ihr im Mund. Und für den Fall, dass ihr lachen solltet, werdet ihr sehen, was damit passiert. Ah, ja. Okay. Und was ist... Also wenn ich gar nicht lachen muss, weil trotzdem ihn ihn einfach leiden sehen will? Dann... Dann spuck ich die Ohren zurück. Okay. Gut. Im Endeffekt dürft ihr jetzt vielleicht auch mal gucken, wenn es ein bisschen unausgeglichen ist, wenn es nicht ganz klar ist, wer hier gewonnen hat, dann dürft ihr auch immer schön mit abstimmen. Das heißt, immer schön in die Kommentare spam. Aber Jungs, ich habe einen Ring verloren. Schnell. Tinken. Auf. So. Tims Tagebuch. Tagebuch 16.02.2011. Liebes Tagebuch, ich hatte heute richtig das erste Mal Frack sausen. Im Sportunterricht habe ich aus Versehen ein halbes Rehkitz in meine Unterhose gedrückt. Als die anderen dies mitbekamen, nannten sie mich einen Stinkelulatsch, der noch nicht mal das Güttetor ordentlich verschlossen bekommt und fragten mich, ob ich wohl Lack gesoffen hätte. Auf dem Weg nach Hause bin ich dann vom Fahrrad gestürzt. Dabei ist mir leider dann auch noch mein Lieblings-String-Tanga gerissen. Habt ihr beide? Seitdem bleibt mir meine große Schwester keine Unterwäsche mehr aus. dafür dass tim jetzt mich jetzt einfach noch mal ein gerotzt hat kriegst du die strafe oder stimmt ja wo ist unser strafenkatalog da kann man da hast du unsere bällchen da kannst du ja ich nicht mitgedacht würde ich mir nur von der wand bis zur tapete gedacht jetzt hier ein peinlichstes erlebnis naja mal raus also abgesehen jetzt davon dass du dich da im unterricht fast eingestuft hat eingestuft am 16 2000 2011 damals ein peinliches erlebnis das bringt aber auch die als du den flieger verpasst das war ich nur sehen ich meine nicht strippen aber das tippen das tippen das hat auch irgendwo spaß gemacht so irgendwie lustig vielleicht kommen wir darauf noch mal zurück aber wir mussten ja vor 150 mädels im strip club was wir nicht vorher wussten wir sind eine bar gelaufen irgendwie und es waren alles geplante aktion wusste nichts davon und mussten einfach eine performance hinlegen mit shirts reißen mit vollem drum und dran vor 150 kommen ziemlich peinlich das war da haben wir uns so eingelassen da haben wir uns alle in re-kids in die unterhose gesetzt das war wirklich ich war im moment für dich in den ofen hiermit ja ab reiner zeig mal text noch mal kurz also die ist auch der eine stern sandras stern aber wach mal und der stern ist eigentlich auch ein ganz guter hinweis auf unser geheimnis was wir jetzt am ende der show das stimmt tatsächlich das ist auch ein paar sterne mit involviert bei dem geheimnis die eine andere glocke läutet also sterne sind auf jeden fall zeichen hier ist sogar noch ein hinweis ofen backofen 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 da muss der tim jetzt erstmal zweimal drüber nachdenken das hat er jetzt ja nicht gedacht aber eine kummer eine eine glocke die habe ich jetzt noch mal gebastelt die sieht vonderschön aus sagen ich glaube jetzt wird es auch erst mal wieder etwas schauen wir mal das hier läuft aber das ding hier ist ja auch schon echt glühend heiß also behalt den halt den freund im auge okay wenn denn jemand weg ist der ist mir gibt es ärger soja dann wollen wir uns jetzt haben wir ja noch mehr zeit hier mit dem plätzchen ja gucken wir mal das kann uns erst mal entspannt hinsetzen alle alles plätschen aber ich aus ich glaubte wie werden die plätzchen so ein grober rundum also ich muss sagen ich glaube bis jetzt bäcker werden wir nicht mehr ich glaube aber da haben wir ich glaube da haben wir dieses jahr an sich eigentlich schon was anderes vor gehabt irgendwie jetzt ging er bei uns los das zusammengezogen sind am ersten achten die elever der menschen und seitdem ist ja auch viel passiert und aber da kommen wir gleich noch mal drauf zu was hast du da irgendwas die sie sagen hier alle der der kickstack hätte in den kühlschrank gemusst davor also wir hätten das jetzt machen sollen es geht ja nicht aber die welt der sagen gerade alle dass sie nichts werden zu 100 prozent jeder dass sie dass sie nicht also ihr könnt ja mal reinschreiben auf das ganze 1 bis 10 was glaubt ihr wie gut diese kekse werden aber bitte mal wirklich mit einer skala ich möchte von 1 bis 10 punkte was glaubt ihr was werden die hier kam auch schon ein paar mal hier aber jungs ich habe mir was für euch einfach lassen oder für uns wir lieben ja alle strafen wir lieben alle spiele und irgendwie müssen wir jetzt die leute ja irgendwie beeindrucken wenn wir jetzt hier schon keine ahnung mit plätzen nicht überzeugen können dann brauchen wir irgendwas vielleicht könnt ihr ja in dem nächsten spiel überzeugen ich habe was für euch und zwar das spiel nennt sich fünf sekunden spiel und in diesem spiel haben wir habt ihr innerhalb von fünf sekunden zeit aber eine frage die ich euch stelle passende antworten zu finden drei stück an der zahl müsst ihr finden drei passende dinge drei passende wörter etc man muss schnell sein muss schnell sein muss sehr schnell sein 50 und zeit und wir haben hier kleine quietsche enden wenn ihr fertig seid innerhalb dieser fünf sekunden dann die leute fragen hier immer noch ja dann gibt immer eine aufgabe von den leuten wirklich live schreibt anonym unterstrich punkt unterstrich punkt unterstrich punkt unterstrich aber vielleicht können die die leute die eine aufgabe stellen was du machen muss irgendwas was du sagen muss dass du den leuten direkt zeigst du auch fragt ist eine frage und wir beweisen dass das live oder wir haben backen leute oder du machst irgendwie eine salto fahre sondern 19.12 aber dann gehen wir gerade einmal kurz nicht fragen erst mal ja so spiel leute ja okay kommen wir fangen jetzt einfach da wäre ich leute der ofen umgekippt geht es euch gut ein alles wenn ihr da irgendwelche wenn ihr hilfe braucht dann sagt immer bescheid wir können euch auch so eine tröte übergeben ist kein thema dann können das röten wenn im schlamassel steckt dann tritt es einfach doch los oder sollte unsere kekse brennen ja dann noch mal drauf los würden also okay ziemlich haben wir die an nenne drei arten tschüss zu sagen dann war gut also wirklich gut muss man sagen man muss sagen man muss sagen du hast auch schon so schnell los gefeuert da ist ja niemand mehr hergekommen hat das ist also das war muss man sagen das war wirklich wirklich gut ja die frage ging jetzt auch an mich naja ja cool damit ich jetzt sozusagen dran würde sagen du bist ja eine drei dinge die du machst wenn keiner zuguckt wussten wickeln und ganz kurz ich brauche noch einmal eure unterstützung zählt das oder nicht zählt zählt nein ja zählt nicht doch jahrzehnt ist voll 50 wir haben das zählen wer viel laufen atmen riechen das ist was universell ist ja okay kommt ist okay zählt kommt ist okay durchgebrochen gehe ich glaube ich direkt mal wieder auf den jakob nenne drei süßigkeiten kaugummis zuckerschlein und smarties ja du musst noch deine tröte betätigen du musst ihr habt noch gesehen also du musst deine story also das ist das spiel wenn kochen durch geht ja da geht das auch jetzt haben die grenzen klar definiert das ist und du verlierst sowieso nächste runde also auch das gilt es wirklich nicht du musst du bist du bist ich muss die gleiche strafe drei dinge die du an jakob marx luis muskeln schöne haare und schön augen da hast du es dir jetzt aber auch gerettet sonst sonst wäre es auch ja dann hätte ich dir eine strafe aufgedrückt du ja jetzt drücken wir ja noch sind drei dinge die man nicht in einem auto machen sollte ja nicht einfach jetzt einfach genau meine sachen wiederholen können wir jetzt auch denken und kochen ich war gerade kurz weg also was ich wollte sagen ja irgendwie ein bisschen bisschen klasse wollen wir nehmen sie mir auch halten deswegen habe ich gedacht ich würde ja also darf ich jetzt auch irgendwie einem strafen ja du kriegst jetzt eine bestrafung ich würde jetzt nämlich hier diesen aber ich muss sagen diese kickse in den lachen ja wasser schon möchte ich noch drei dinge in denen du nicht widerstehen kannst ich glaube das stimme die community zu jacob nenne drei männliche körperteile schienbein fuß und oberschenkel es ist ja sehr und meine bestrafung ist es community bedeutet ihr dürft euch jetzt für mich eine strafe aussuchen macht was man dazu sagen da ich bin jetzt selber so fair ich habe jetzt schon öfters vergessen meine tröte zu drücken also ich bin ein fairer sportsmann wir haben da drüben auch ein brei gefüllten kühlschrank mit tabasco wohl ich gerade sagen tabasco mit eiern mit allem was euer herz hat mich selber nicht schaden wir retten aber haben wir haben eventuell noch mal eine frage okay wer fühlt sich von euch bei sicher ich habe schon lange keine frage gestellt denn drei dinge die den perfekten tag ausmachen los lachen surfen falsche früge das ist ein scheiß und du hast eine dritte nicht benutzt ich weiß nicht was ist denn noch auf jakob gemobbt hier kommt das zimmer haben wir haben wir schon irgendwelche strafforschläge die ich konnte gerade zitrone essen tim küssen 20 weiner sie gesehen roß essen das ist aber so eine typische fitnessstrafe das passt eigentlich zum jahr kommt ein roß sagen dann schlagen wir haben wir haben entschieden jakob wird das ein roß essen ja was auch zum spiel jetzt kommen wir zu den strafen ich glaube das schlägt sich der wunscher auf oder willst du den mut aufmachen wenn die drei dinge für das perfekte date los ist es spiel es vorbei spiel doch mal mit mir was ist er mit der regie das ist ja ich jetzt war das ist wirklich was dazu gezogen ich muss liegestürzungen okay aber ich habe jetzt gerade eben lebkuchen das heißt man muss jetzt ich gebe das ich war regelmäßig beim zahnarzt denkt an eure prophylaxe einmal im jahr müsse hingehen so ist das euer ernst mit der musik du musst es schon angreifen runter schlucken so jojo ist auch heute mit dabei für alle leute die wir heute nicht gesehen haben julius auch dabei und deine schuhe das ei kommt jetzt hier mit ins bällebad ja was denn los war dies denn war das eklig weihnachtliche schütze habe ich gehöre jetzt warte ja kommt diesmal nehmen uns jahre alle geschütze also ich finde so ein paar sachen aus dem kühlschrank sind auch echt weihnachtlich was haben wir denn hier ich würde eins sagen 3 2 los ich finde smartys sind echt voll weihnachtlich und so eine so eine karotte ist auch voll gut so wir machen ein paar kugeln auf den jungen drauf ja ne kommst mal ich jetzt nicht wenn du die weihnachtskugeln hast immer das ei im mund und dann legen wir doch noch mal ein warte mal kriegen wir die antenne nippel irgendwie dran guck mal hier warte doch mal ein bisschen noch drauf und bossen die geschütze also wenn du was drauf hast dann sind auf jeden fall keine geschütze kannst du mir in der wiederholung angucken ich bin nicht mehr in den sessel damit glaube ich da vorne haben wir doch so einen schönen da vorne haben wir doch so weihnachtsmitteln da kannst du einschnappen Junge Junge okay Kinder was ist das aber auch so jetzt gucken wir hier nochmal aber wir haben ja eigentlich gesagt wir setzen uns hier hin und lassen ja eigentlich geht's dir gut jetzt kann man lieber heimlich werden das ist ja hier willst du mal kurz gucken nach den Keksen ich gucke mal ob wir ganz kurz bevor wir gucken ich hoffe wir haben noch keine Kamera drauf also es tut mir wirklich sehr sehr leid um diesen schönen Weihnachtsmantel oder ich glaube ich muss den jetzt ein bisschen einsaugen sind die Plätzchen gut oder nicht oder sind verbrannt ich will noch mal ganz kurz hier in die Kommentare schreiben ich check jetzt hier gerade das iPad kennt ihr das wenn sowas so richtig unangenehm ist ah nein der ist so nass das geht hier ab ja das wüsste ich auch gerne wüsste ich auch gerne wirklich die Kekse das ist doch kein Plätzchenteig Alter was was passiert denn da das kann man nicht essen das riecht irgendwie ein bisschen nach Döner finde ich soll ich mir ein bisschen angucken was soll ich mal hin da ist ja richtig da ist ja richtig fett da schwimmt richtig das Bruderfett ich bin mir so nee die werden einfach schon braun guck die sind pass mal an sind die schon knusprig nee aber so schlecht ist ja das ist fantastisch wir können die ja dann immer noch in Form drücken ja ein bisschen braun die noch aber Jungs wir haben ja jetzt es ist ja eine Weihnachtssendung und was ist immer an Weihnachten Weihnachten ist ja immer Ende des Jahres wollen wir noch mal kurz ein bisschen drüber quatschen was du dieses Jahr so ein bisschen abgegangen ist ist eigentlich ein guter Call und apropos wenn ich das ganze hier so sehe sieht äh Videos eigentlich ach komm mal es ist auch noch ein klein Moment Mensch ich weiß nicht ob ich die nachher essen kann also müssen wir wirklich gucken also wir würden auf jeden Fall einen probieren oh Gott aber wir haben ja eben schon drüber gesprochen vorne beim Backen das Chippen ich meine du bist jetzt hier auch schwer dich bisschen an und ausziehen aber ich glaube das war so richtig unser Kickoff ja ich glaube ganz allgemein machen wir uns jetzt erstmal bequem hier auf dem Sofa und können jetzt erstmal vielleicht nochmal kurz entspannen es war ja gerade alles ziemlich stressig wir sind ja hier gerade schön in unserem Weihnachtssetup hier und was macht man an Weihnachten das ist Ende des Jahres man lässt das Jahr noch mal ein bisschen Revue passieren man guckt sich schon mal alte Videos an alte Fotos man sitzt voll geschmiert mit Sahne genau so ein typisches Weihnachtsding eigentlich und deswegen fangen wir jetzt mal an und gucken uns vielleicht nochmal ein paar coole Highlights des Jahres an anfangen tun wir mit dem allerersten Video was wir so als Elevator Menschen zusammen gemacht haben wer kann sich noch dran erinnern was war unser erstes Video was haben wir vielleicht geschaut einmal kurz in die Kommentare wenn ihr wisst was uns schreibt weil es wird jetzt hier gleich losgehen und guckt mal wie richtig liegt erstes YouTube Video denn wir haben was ganz schön verrücktes gemacht worauf wir nicht vorbereitet waren was uns komplett aus der Fassung geschlagen hat und was wo wir beim peinlichsten Moment waren würde ich sagen zum Beispiel bei mir in meinem Leben wir haben dann noch nämlich erst haben wir da Profis beobachtet die man hier auch gleich sehen will und dann mussten wir selber ran an den Speck da haben wir es doch da haben wir es doch also die Jungs das sind nicht wir Wollte ich ganz kurz festhalten Amt zu verwechseln Wir sind wie man in unserem ersten YouTube Video auch sieht von unserem Management zu einem Ort gebracht worden von dem wir keine Ahnung hatten was es ist, wo es ist, was wir da machen sollen und auf einmal kamen diese jungen Herren da raus und haben da wirklich eine Performance hingelegt und danach wurde uns gesagt ja jetzt habt ihr eine dreiviertel Stunde Zeit lernt eine Choreografie und dann müsst ihr auch hoch auf die Bühne unter 150 Girls 150 Frauen 150 Frauen jungen Gesellenabschiede gefeiert haben da haben wir einen Mädelsabend hatten und da da sieht man den krassen Kontrast Eieiei Man beachtet Julien Ah Ja Und jetzt kommt sie Oh Das war schon hart aber man muss sagen Tim, du hast es wirklich gut gemacht du hast es auch genossen du hast die Cap hast du jetzt auch noch bei dir als Die Cap habe ich noch als Erinnerung die ist von den Sixpacks selber eine Lieder, eine Kappe liegt zu Hause im Sprang Also wenn es jemand von euch sieht und euch fragt wo die Kappe hin ist Tim hat die zu Hause Sorry Also wenn ihr ihn irgendwann mal überrascht ist bei Tim Aber das war ja was war sonst noch so mit euer Highlight das Jahr ich muss sagen das war schon einer der peinlichsten Momente wo ich wirklich sagen muss da habe ich mir echt in die Hose geschissen wirklich jetzt ganz ehrlich ganz transparent ich habe hinter der Bühne gestanden und dachte mir was geht denn jetzt da hat er da hatte ich ein Picasso in der Hose das war wirklich hart Ja das war halt einfach verdammt gruselig weil man auf einmal in so eine Situation geworfen wird mit der man halt eigentlich gar nicht so mit der man nicht so comfortable ist Aber ich glaube so ein weiteres Highlight war wie wir unsere Zeiten im Ausland wir sind irgendwie es hat doch dann viel rumgekommen Beispiel Remember Italy Man Weißt du noch was da passiert ist? In Mailand Genau Mailand war gut Mailand war richtig gut Also wir hatten eine mega schöne Zeit da Da sieht man es schon für ein cooles Event Jakob ohne Schuhe Jakob Das ist wirklich Erklärungsbedarf Ja Also man sieht mich da ohne Schuhe mitten durch Mailand rennen Ist ein Handy Video das hast du aufgenommen Ich habe es auch aufgenommen Genau Ich war auch auf so einem Fahrrad wie die anderen beiden Herren da Genau und zu den beiden Herren kann man sagen vielleicht kennt ihr die Das ist einmal Evan der hat bei Vitorious mitgespielt und Ross Butler hat bei 13 Reasons Why mitgespielt und wir hatten das Glück was für uns ganz ganz fern war diese Leute kennenzulernen unter anderem auch Madeleine Klein von Outer Banks die Schauspielerin Das war so ein heftiger Moment Also wirklich das war so ein fehlmoment Ich hatte einen Moment Auf einmal das Herz schlägt dir bis zum Halt Ja und und am Arm waren weg und dann haben wir gesagt okay irgendwie ja ich weiß nicht wir hatten dann noch drei waren nur drei Roller wir wollten von einem Punkt zum anderen wir hatten noch drei Roller und dann dachte wir was machen wir jetzt wir waren im Restaurant und mussten aber woanders hin und dann hieß es auf einmal wie kommen wir da hin hier fahren keine Taxis mehr es ist irgendwie alles viel zu spät hier ist nichts mehr ja okay er ist gerannt und die anderen drei haben die drei Roller genommen Ja die drei Roller dazu muss man aber sagen warum ist Jakob im Socken zwei Kilometer durch Ja man muss erst mal sagen man muss erst mal sagen ich habe gedacht irgendwie okay ich komme dem jetzt mal entgegen und ich mache jetzt einen auf cool habe ich gedacht ganz ehrlich gesagt okay ich sage einfach ich kann joggen so ja ich nehme ich brauche jetzt hier nicht noch ein Bike ich jogge das einfach ganz lässig bis mir eingefallen ist du hast neue Schuhe an ja und dann habe ich die Schuhe erst mal ausgezogen weil man kennt das man hat neue Schuhe und da will man erst mal keine Laufhalte rein machen und ich ja ich bin deswegen bin ich da mit Socken durch komplett meiner geraten mit den Leuten Ich würde auch gerne mal die Community fragen an die Leute die sich erinnern was war was ist euch im Kopf geblieben als das krasseste was wir dieses Jahr gemacht haben als Gruppe zusammen ich gucke mal kurz in die Kommentare und dann können wir da vielleicht was zu sagen Ja das ist sehr viele wir waren auch echt super viel unterwegs so von A bis Z hatten teilweise irgendwie ja schlaflose Nächte und schlimme Zustände sehr 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 viele schlaflose Nächte und irgendwie immer so auf Achse waren aber ich glaube das wurde immer so ein bisschen auch festgehalten oder insbesondere habe ich da ein bisschen auf die Mütze bekommen und ich und ich muss ganz ehrlich sagen ich habe neulich mal äh bisschen gestöbert ähm warst du denn so äh generell jetzt seitdem du TikTok angefangen hast ich war hab abends im Bett gelegen und hab mal gedacht was macht denn der Junge alles so für Videos da habe ich Eis gefunden das beschreibt dich als Person eigentlich sehr sehr gut was hast du gefunden? ähm ein schlafendes Video von dir äh hier kann man's hier kann man's sehen doch 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 er ist rausgekratzt man achte man achte gleich wie er zusammen zuckt Moment ähm warte wo bin ich denn hier? in welchem Universum bist du denn gelandet? ich war in der Universität und jetzt aber das finde ich das Beste der Tim da freut er sich richtig in der Universität mal wieder eingeschlafen man kennt ihn der Tim hat aber die Eigenschaft nicht nur in der Universität einzuschlafen sondern der Tim der schläft wirklich überall ein es ist wirklich egal ob im Zug, im Flieger, im Auto der Tim schläft na doch überall sogar im Restaurant das ist hier Quatsch mit Soße finde ich naja ne 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 das ist das das bist du du hättest ja auch in der Uni was lernen können da gibt's glaube ich auch nochmal ein ganz lustiges Video von Tim oh guck mal da schläft der Tim auch schon wieder das kenne ich nicht mal das Video und da bist du das kenne ich auch noch am Schlafen das Video können wir jetzt auch mal ruhig im Hintergrund machen da könnt ihr euch einfach mal selber ein Bild davon machen ja auch am Schlafen never sleep on the plane ah gut da konnte ich nicht mehr das war wirklich das war cool aber irgendwie du warst jetzt auch zum Studieren weg und hast du auch mal geschlafen jetzt mal so eine allgemeine Frage ab und zu habe ich geschlafen ja auch im Unterricht ganz kurz ich wollte mal ganz kurz wissen was das Highlight von der Community ist und was wir gemacht haben dieses Jahr ist tatsächlich Fallschirm spring das Fallschirm spring wirklich wow das war wirklich für uns eins der krassen Erlebnisse das war das wir da vor allem Jakob hat es hart am Herzen getroffen würde ich mal sagen ich würde es jederzeit zu jeder Tag und Nacht hat ja sagen dazu aber alle zusammen haben es durchgezogen es war richtig oh was ist mit den Keksen was ist mit den Keksen ich würde guck mal kurz eieieieiei danke an die Person die das gerade eben in die Kommentare geschrieben hat wie schaut es aus die sind noch ein bisschen weich ja dann gib ich noch mal ein bisschen Zeit haben wir noch ein bisschen die können ja frage bekommen aber sag mal was haben wir denn was haben wir denn hier das sieht doch doch das sieht doch aus das sieht doch aus als wäre das ist dein Tagebuch Luis ich werde verrückt Mensch wo kommt das denn her vielleicht hat die Claudia nicht nur das Backrezept hier versteckt sondern noch mehr dann schau doch dann machen wir doch auch noch mal was oder oh nein Jungs aus den tiefsten Abgründen Luis Kindheit ich bin gespannt macht euch mal gemütlich ich kann mich an diese Einträge nicht erinnern also nur so ja deswegen helfe ich dir auf die Sprünge und allen Leuten da draußen was der Luis so in seiner Kindheit getrieben hat ich bin wir gleich raus und machen wir jetzt mal mit Mehl also Wasser ist so ein bisschen langweilig oder nach seid ihr schon oder wir machen eine Runde Wasser und dann nö vielleicht rachen wir auch gar nicht ne kommen wir danach machen wissen wir ja wenns was ja Luis so schönes geschrieben hat als der Zwölfer so gut machen wir mal hier einen ordentlichen Berg okay einen Berg Mehl also habt ihr das? ihr müsst euch das jetzt in den Mund nehmen und der der halt zuerst lacht beziehungsweise der der zuerst dann weißes Gesicht hat der hat dann halt gewonnen und der andere hat halt verloren okay Jungs seid ihr ready? ja gut schön also 18.12.2013 Luis 9 Jahre alt heute in der Schule waren wir das letzte Mal vor den Weihnachtsferien beim Schwimmunterricht eine tolle Möglichkeit meine Bratschenkel mit meinem neuen rosa-roten String in Zähne zu setzen Wait 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 Attention bitte Uschi meine süße Pupsmaus sah an ihrem Latexstrappler rattenscharf aus dann kam dann kam sie meine time to shine Und Pupsmaus Uschi und die scharfe Referendarin Frau Knüppelkuh mit einem saftigen Bauchplatscher zu beeindrucken. Im Flug feuerten sie mich alle an. Flieg, Schwingtitte, flieg. Wieder im Wasser aufgetaucht, ließ ich meinen Piepmatz freien Lauf und strullte. Warte noch, es ist doch noch gar nicht vorbei. Es geht doch weiter, es geht doch weiter. Moment, 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 hier war, ganz kurz, genau. Wir sind noch, hier sind wir stehen geblieben, warte kurz. Also, ganz kurz, okay. Ließ ich meinen Piepmatz freien Lauf und strullte genüsslich den Speck. Entsetzt, strief Frau Knüppelkuh, ob ich meinen Saftstrahler nicht unter Kontrolle hätte. Uschi hingegen fand meinen Zaubertrick ziemlich spitze. Applaudierte. Ziel erfüllt. Das Wasser war noch nie so blau wie heute. Einen wundervollen Tag im Schwimmbad. Tschüss, Sikowski und bis morgen, liebes Tagebuch. Ja, Jungs, also. War strong, das war wirklich gut. Also, ich fand so einen starken Beitrag. Ja, hast du gut geschrieben damals. Ja, war gut. Oh, sorry, das habe ich gar nicht überkauft. Das habe ich ja gar nicht gesehen. Was ist los mit dir? Du hast einen, der schön aus dem Tiefen der Jungs. Ich habe mich voll gekraben. Hab ich verloren? Also, ich glaube, die Community muss das entscheiden. So entscheide ich nicht nur. Ach, wer hat verloren. Sehr gut. Okay, es ist ja Zimm. Alle schreiben Zimm, aber in die Kommentare. Schreibe halt Zimm, was soll ich der Community sagen? Ich bin überall im Mediengesicht. Hast du im Mediengesicht? Ja, ein bisschen. Dann schauen wir nochmal ganz kurz hier nach dem. Es ist ja okay, ich gebe es ja zu. Ich kann ja auch mein Gesicht. Aber es ist, man muss sagen. Hier, schwillst du mich ja an? Ihr alle sagen, nur ich habe verloren. Ich danke euch. Tag mit dem Teddy. Guck euch nicht an, guckt euch Lust. Ha, ja, komm. Ja, komm. Er muss mit dem Teddy tanzen. Mit dem Teddy? Wo ist er denn? Ah, da ist er. Ha, komm, tanzen wir mal mit dem Teddy. Ich bin ja komplett weiß. Ja, ich sehe es jetzt erst. Ich sehe sehr aus wie ein Schemann hier. Dann mach doch mal einen romantischen Tanz. Steck dir doch mal nur so eine Karotte in den Mund. Ganz kurz, Regie. Haben wir irgendwie romantische Musik für den jungen Herrn? Nein. Haben wir irgendwas Tolles, wie wir den jungen Herrn hier in Szene setzen können? Ja. Irgendwie, genau. Schönes Licht. Irgendwas bisschen romantisch. Schirrt die Stühle weg. Romantik, irgendwas, dass wir hier... Ja. Das ist auch richtig schön authentisches. Ja. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Oh Gott. Komm. Jetzt mach mal. Leg mal eine heiße Sohle aufs Packet. Ja. Der Tanz ist dir. Du siehst du... Guck mich in die Augen, Baby. Ein bisschen mehr Einsatz, bitte. Ein bisschen mehr Hüfteinsatz hier. Dafür, dass ich hier für dein Mehl bin, Bro. Ja. Jetzt noch einen romantischen Kuss, bitte. Du weißt, wie du aufsicht... Bleib mal genau so. Warte mal bitte so. Könnt ihr jetzt ganz kurz mal einen Tanz bewerten in den Kommentaren? Machen wir das mal zu? Ja. Können wir das einmal noch? Guck mal, er sieht aus wie ein Schneemann. Alle Leute, die das jetzt gerade sehen, macht bitte mal ein Screenshot. Guck mal kurz die Kamera. Guck doch einfach mal kurz die Kamera. Bitte, es geht schon mal. Das war so random. Gerade schreiben auch ein paar Leute in den Kommentaren. Endrandom, aber darum geht es. Das soll ja unternehmen sein. Dein Tanz war gut. Ich glaube, wir müssen jetzt hier noch mal ganz kurz die Kekse angucken. Ja, ich habe eben schon guckt. Die sehen aus wie die Kekse von Subway. Ja, echt so? Ja. Jetzt mal no joke. Die sehen echt aus wie Subway Kekse. Sie sehen auch gar nicht mal schlecht aus. Ja. Wollen wir die rausholen? Können wir auch verlosen. Wollen wir die davon essen wollen? Wollen wir die rausholen? Ich meine, wir müssen ja noch dekorieren. Und da haben wir bestimmt ja auch ein bisschen was. Ja, die sind noch nicht fertig, glaube ich. Die sind noch nicht fertig. Ja, dann können wir ja hier noch ein bisschen weiter machen. Können wir noch ein bisschen weiter machen hier. Ey, 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 ey. So viel voller Mehl, Mann. Ich würde auch echt viel halten von so einer kleinen Schneewaldschlache. Okay, aber... Boah, der ist richtig glatt. Aber... Boah, Alter. Aber Jungs, wisst ihr, was mir fehlt? Ah! Bitte, was mir fehlt? Irgendwie fehlt mir der Kühlschrank hier ein bisschen. Der Kühlschrank? Ja. Ich habe gerade noch ein paar ganz lustige Sachen drin. Wie wäre es denn, wenn wir mal die Community jetzt mal entscheiden lassen? Wenn wir... Kann mal einer von euch jungen Herren mal kurz herkommen und das Ganze mal einfangen? Das wäre fantastisch. Wunderbar. Wunderbar. Ja, nach Ihnen. Wir haben hier ganz viele unterschiedliche Lebensmittel in diesem Kühlschrank. Mit den perversesten Kombinationen, die man hier rausbekommen kann. Wir haben hier zum Beispiel Knoblauchsoße. Wir haben hier Tabasco. Wir haben hier Meerrettich. Meerrettich, habe ich gehört, soll ganz, ganz gut zu Lebkuchen schmecken. Oder so ein rohes Ei mit Tabasco. Da gibt es bestimmt tolle Möglichkeiten, um mal hier einen schönen Abendschmaus abgesehen von den missglückten Keksen dahin zu zaubern. Also, wenn dir was anfällt. Ich bin kein Fan von Meer. Man sagt Bescheid. Der Kühlschrank sieht mir auch gefährlich groß aus. Hast du da was? Ich glaube, ich gebe noch ein paar andere Orte, wo die Kühlschränke so groß sind. Guck mal, lieber mal was die Kekse machen. Haben wir da irgendwas? Hm? Getränk mixen. Ey. Getränkmische. Okay, Jungs. Komm, wir machen. Guck mal. Wir machen eine Mische. Wie sieht es hier eigentlich aus? Ey, noch zu ordentlich. Was ist das hier? Tobabo. Noch zu ordentlich, sagst du? Das führt ja auch alles zu was. Jungs, ihr dürft' nicht vergessen, es führt ja zu was, weil am Ende der Sendung droppen wir ja auch noch unser Big Secret. Das stimmt. Aber wir haben ja schon keiner raten. Wir haben da noch einen ganz guten Hinweis, denn in der Ecke, wo der Jakob gerade steht. Ah, ja, stimmt. Ja. Ist was dran, ne? Ist ein Hinweis. Ist was dran und was drin. Ey, Leute, ich hab's so Mehl in den Augen. Ja, das glaube ich dir mein Sohn. Ja, ich glaube, wir müssen jetzt mal bald diese Kekse raus, wenn ich mir egal, ob die bisschen labrig sind, ich will die jetzt mal probieren. Also Jungs, ich hol' uns mal ein paar Zutaten für einen richtig leckeren Cocktail. Okay. Und dann, und dann machen wir mal, machen wir mal eine Entsachtungskur hier. Ja, komm. Sag mal hier Feines. Mal schauen wir mal. Das sind noch tolle Zutaten aus. Wir holen die Kekse jetzt raus. Jetzt? Ja, du darfst aber gleich da mit dir einen Kekse. Also ich hab wirklich noch nie in meinem Leben so professionelle Zangen gesehen. Ich hab immer so Handschuhe und so. Freunde. Aber jetzt machen wir hier mal. Wir lassen uns jetzt mal ganz kurz auch überlegen, wie machen wir den Zuckerguss? Und wie machen wir Schmerzen mit Schokolade und so? Soll ich mich um den Zuckerguss tun, was? Oder um die Schokolade? Na du, mach du gerne. Was möchtest du machen? Schokolade oder Zuckerguss? Mach gerne. Mach gerne so ein. Ja, okay, dann mach ich den Zuckerguss. Passt so. Ähm, Zitronensaft und Puderzucker. Das reicht schon für Zuckerguss. Jo, liebe Regie, wir haben vielleicht Schwierigkeiten mit dem platzieren. Benutzen kann? Ja. Blech? Fest? Da unten ist irgendwas. Weiß nicht, was? Ist aber nur Müll. Ja, kein guter Zuckerguss. Vielleicht muss ich doch so ein halter Typ schon. Oder was? Funktioniert es? Man will ja nicht dazu in die Vetus. Ja, sind schon dabei. So machst du es. Das ist nichts, ey. Ich bleib lieber beim altmodischen Weg. Ne, doch, greift doch mal richtig an. Machen wir lieber, äh, platziert, das willst du wo hin gehen? Ja, komm. Ey, das arme iPad-Sau. Voll mit mir, genau wie ich. Einmal Kameranamente ganz gut wie das im iPad-Film. Das sieht schon leicht aus. Also wirklich. Das ist hier ein bisschen ramponiert. Ich sehe ja auch aus wie der Joker im Gesicht. Leute, die Kekse sind nicht verbrannt. Tim, der Backboss. Tim, der Geist. Das ist ein tolles Spitznamen für dich, wirklich. Wo haben wir denn irgendwie diese Plätze noch runter? Ich glaube, die sind festgeklebt. Ist ja sehr gut. Ah, ich hab so Mehl in den Ofen. Oder wollen wir warten, bis die ein bisschen kalt sind? Na, die müssen wir kurz abkühlen. Derzeit können wir jetzt mal dekorieren. Wie, was wollen wir denn dekorieren? Nein, erstmal Zuckerguss machen und Schokolade. Boah. Mach die mal in den Ofen, glaube ich. Oder wollen wir normal Schokolade schmilzen? Ich glaube, wir haben Lust zum Ding zu essen. Und wir haben kein Messer. Ja, doch, haben wir. So ein kleines. Zum Freunde der Sonne. Wollen wir mal kurz mal... Eieiei. Mal schauen, was wir so haben. Das ist ja ein Skandal. Guck mal, wie ich hier diese Zitrone schneide. Das ist doch ein Schweizer Taschenmesser. Leute, kommen wir an meine Grenzen, ey, mit den Jungs. Dann nehmen wir das jetzt einfach, schmeißen wir die Schokolade drauf und dann machen wir die mal zu flüssig. Ich hab noch jedes Problem, Mehl in den Augen zu haben. Ey, ganz kurz, kannst du mal kurz die Community fragen, wie ich hier das machen soll, wenn ich keinen Puderzucker hab? Wie mache ich jetzt hier... Wie heißt das nochmal? Das ist der Zuckerguss. Wie mache ich Zuckerguss ohne Puderzucker? Das ist die Frage. Mir kribbelt hier überall. Ja, mir auch. Also jetzt wirklich... Ach, okay, ich weiß, woran es liegt. Kannst du mal hier reinfilmen? Kannst du mal ganz kurz? Guck mal. Siehst du das hier? Ist das alles? Hier? Und dass ich jetzt zu viel preisgebe hier. Eigentlich mal das ganze Konfetti sein Anfang an drin. Ich glaub, ich hab Mehl in meinem Salgegen. Willst du catchen, Jojo? Ab in Müll damit. Kriegen wir die hier auf? Haben wir hier eine Schere noch? Ah, hier ist auch ein Messer. By the way, der Jojo. Das müssen wir auch mal ganz kurz zeigen. Jojo, komm mal rum hier. Der Jojo ist doch auch hier. Ja, ich denk an die Kamera, mein Lieber. Wie geht's denn dir? Geht's dir gut? Gut zu werden. Hast du eigentlich gerade Angst, ein bisschen hier zu stehen? Schon ein bisschen. Ja, wovor hast du Angst? Was ist denn? Was ist denn? Ich wollte dir nur noch ein Stück Schokolade geben. Nimm doch mal. Nimm noch ein Stück Schokolade. Wir sind noch gut mit dir. Wir gehen noch gut mit dir um. Nicht, dass du jetzt Angst kriegst, ein Lieber. Ne. Ne. Okay. Okay, Jungs, wie schmerzt denn jetzt Schokolade? Ich hab schon auch voll, voll kranker Schokolade. Gut. Wenn du stellst in eine Schüssel und packst oben auf den Ofen drauf, weil das auch heißt. Oder du stellst rein? Ne, wir stellen das jetzt rein. Was solltest du denn auf den Blech? Mach doch in eine Schüssel. Ne, ich weiß, das ist viel besser. Wegen Strahlung und so, weißt du? Das ist auch so eine Strahlung. Das ist ein Ofen. Ja. Ich fimm da auch wieder. Geht das in ein Glas? Kann man das in ein Glas machen? Ja. Ich weiß es nicht. Kann man davon ein Glas in den Ofen stellen? Kann man das in ein Glas stellen? Ansonsten gibt's... Ja, das ist auch schon besser hier, oder? Das ist besser, ja? Oh. Hier, warte. Moment. Ich hab grad... Warte mal. Ich hab hier grad ne Eingebung bekommen. Ich hab... Komm. Wir machen das jetzt auf die schönen Stäbe. Ja. Gar nicht das Splitz, den wir da jetzt hatten. Das wäre nicht wie Subway-Kekse. Wir müssen jetzt aber auch irgendwie abkratzen. Ach nee, das ist mir hier... Warte noch mal. Die sind auch schon sauerhaft. In der Bisschenzeit machen wir den Zuckerguss. Den Zuckerguss macht man mit Puderzucker und Zitronensaft. Nur haben wir keinen Puderzucker. Das heißt, wir versuchen es mit normalem Zucker. Oder? Kann man das machen? Ja, ich hab zu viel in den Augen... Ja, ich hab zu viel in den Augen... Eieieiei. Okay, gut, dann machen wir es mit normalem Zuckerguss. Okay. Einfach hier Zucker rein, in die Masse. Und jetzt würde ich sagen verrühren, oder? Ich würde eher sagen... Ja. Ja, oder was willst du sagen? Ja, mehr Puderzucker. Aber wir brauchen... Brauchen wir vielleicht dieses Rührgerät dafür? Hast du jetzt normalen Zucker genommen? Ja, es gibt keinen Puderzucker. Dreh. Guck mal hier. Wir haben hier aber noch unser altbewährtes... Okay, da ist jetzt ein bisschen Glitzer dran. Das haben wir hier unten. Aber wir haben unser Rührgerät hier. Nochmal mal hier. Komm. Bro, du musst ja jetzt nicht so ein Pupsding da... Ich hab keine Ahnung, wie man das sonst macht. Ich glaub, was bringt das? Guck mal, Zucker mixen oder stampfen? Mixer. Ah, Mixer. Wollen wir nicht einfach dekorieren hier? Ey, die sagen hier, Jakob ist nicht die größte Hilfe. Die größte Hilfe. Was ist denn? Ja, hier. Kannst doch ruhig schon mal was machen. Ja, ich sammle hier grad die Bälle wieder ein. Warum? Ich sammle die halt einfach rein, dass ich nicht so... Wir können ja hier so ne Unordnung hinterlassen. Hast du dich sorge, kein Flamingo allein? Kann man auch nicht. Digga, sag das nicht, während ich dir grad am nächsten bin. Der macht's schon bereit. Nein! Das macht unsere Schokolade an. Wir kümmern euch wenigstens in die Community. Boah, ich hab so nen nassen Rücken. Ich hab ne Karotte im Rücken. Bist du wieder im Stich gelassen von der Regie? Das kann ehrlich sein. Was machst du denn da? Ja, ich mach hier Zuckerguss. Was soll das denn sein? Ich will mir ne Karotte im Rücken nennen. Da gibt's gar keine Diskussion, mein Freund. Ich war mit meiner Karotte hier beschäftigt. Ja, schade. Tja. Das reißt. Eie. Pass mal jetzt nochmal hier ran an die Kugeln. Beichte eine Sünde. Na, da hast du doch genug, oder? Ich muss mal tief nachdenken. Aber so viele wie du hab ich bestunden. Ich mach's nicht. Ähm. Also, manchmal hab ich halb nicht dein Kontinu. Nein. Nein. Diebsleut. Und ich hab's immer auf Jojo geschoben. Ähm. Aber das ist jetzt doch nicht so schlimm. Ja, klar. Willst du schon trinken? Ja, ich will ja auch schon trinken. Ähm. Noch ne Sünde. Ich hab mir oft Klamotten von den Jungs von früheren so, als müsste ich nicht so, wo sie hin sind. Hast du auch mal meine genommen? Nein. Was? Aber. Es klebt auch nicht. Nein, ich hab Durst. Lass ich mal trinken. Lass doch erstmal Louis bisschen helfen. Ja, ich will dir einen Schub trinken. Ja, okay. Okay. Also, unsere Kekse. Wie sehen die aus? Wie sieht die Schub? Wir schreiben gerade alle Musik sehr laut und man hört nichts. Schreiben hier gerade ganz viele Musik zu laut, Musik zu laut und man hört nichts. Ich hab' nichts. Ich hab' nichts. Ich hab' nichts. Die Schokoladeofen. Ja, ja, ich gucke. Ich hab' ja gerade geguckt. Boah, das ist richtig lecker, Mann. Das ist richtig gut. Ich glaube, ich komm' ja auch voran mit der Geschichte hier. Das müssen wir mal ein bisschen Gas geben. Boah, wir müssen Gas geben. Das schmeckt hier irgendwie. Das schmeckt so süß. Das probieren wir mal. Ich weiß auch nicht. Die Schokolade brauchen wir, glaube ich. Lass uns aber draufkippen und dann machen wir schöne Formen rein. Aber Jungs. Okay, komm. drauf, drauf. Hier haben wir sogar richtige Rosen. Digga, das ist so nasty. Hier ist ein bisschen Glitzer drauf. In dem Keks. Irgendwie. Diese Glitzer schadet, das kommt dann auch nicht mehr hier. Irgendwie brauchen wir diesen Flamingo noch. Und irgendwie brauchen wir auch... Was ist denn eigentlich mit den Geschenken noch hier über all die Verteilung? Ich würde sagen, wir fangen jetzt an mal hier zu dekorieren. Ja, dekorieren hat hier gerade echt mal Priorität, mein Lieber. Ja, ehrlich? Ja. Ich mach jetzt hier ein Herz. Was macht ihr denn da? Digga, das Zeug ist zuckersüß. Wollen wir hier erstmal eine Form reinschneiden irgendwie? Ja, wir müssen die ausschneiden. Ja. So, guck mal hier. Also ich würde jetzt einfach rufknallen hier so. Rauf auf die Masse. Ich mach einen Kreis aus Schmetterlingen. Warte, das ist... Kennt ihr schon die Abpralltechnik beim Dekorieren? Wie geht die Abpralltechn... Man prallt halt von einem anderen Gegenstand ab, damit das halt wesentlich schöner fällt. So, erklär die Abpralltechnik doch mal. Warte, stell ich mal näher ran. Seh ich mal näher ran? Seht ihr eigentlich schon die Nippel-Schmetterling-Taktik? Ich hab die Abpralltechnik wirklich gut, muss ich sagen. Aber guck mal, wir können mal gucken, was die Schokolade hier hergibt. In diesem Sinne schon mal Entschuldigung an die Regie. Ach, wir haben gleich noch einen Termin, wir müssten dann schnell gleich los. Schokolade umrühren, du musst umrühren. Umrühren! Alles klar, danke Leute. Schreibt ihr dir die Community. Die Schokolade muss gerührt werden. Rühren! Luis ist zu sauber! Ja, definitiv! Ah, wirklich vorlesen soll! Wer es echt nicht vorlesen soll! Nein, nein! Ja komm, ich find auch, Luis ist ganz sauber! Das hier brennt, ja! Irgendwie schminkt es sich. Das ist ganz sehr versteckt. Haben wir irgendwas zum Umrühren? Luis ist ganz kurz. Haben wir hier irgendwas? Ist hier irgendwas zum Umrühren? Okay, Jungs! Ja, gut. Ansonsten machen wir das einfach so, oder? Wie könnt ihr? Wir können hier so mit Fingern, ja! Oh, das stinkt voll! Ja, das verbrennt auch! Boah, ii! Boah, scheiße! Okay, hier mal umrühren, oder? Ja. So, okay. Ich glaub, die Kekse haben wir auch schon fast fällig hier, oder? Ja, also ich finde die Kekse werden langsam richtig gut. Boah, du Penner! Ist das Milch! Ähm, Leute! Da haben die Schuhe vom Jordan-Krapper abbekommen. War nicht schlecht! Danke! Okay! Oh, das ist mir so ins Ohr gelaufen! Ich dachte, ich hätte gar nicht getroffen. Ich dachte, ich hätte nur auf den Boden gerotzt. Ne! Okay! Hast voll getroffen! So, ich wollte nur euch helfen. Das macht jetzt unsere Schokolade. Nachdem sie erst auf Brand ist, haben wir sie jetzt eigentlich schon fast in einer schönen Schokomousse. Dann wollen wir noch irgendwas mit dem Kühlschrank brauchen. Also... Boah, ist das lecker! Lava lichter lecker, sag ich dann nur! Sehr! Lava lichter lecker! Ey Jungs! Ey Jungs! Ja? Boah, was ich hier gefunden hab! Oh nein! Haha! Oh nein! Nein! Jetzt werdet ihr mal angespuckt, weil ich habe hier... Das ist liebe Tagebuch vom Jakob gefunden! Wuuuui! Auf geht's! Einmal hinsetzen bitte! Das ist wirklich eine Frechheit! Dass sowas Persönliches mit hier in so eine Show reingezogen wird! Das ist unfassbar! Wie kann denn unsere Eltern... Das hört sich an wie ein Zitat! Alle? Unsere Tagebücher finden! Hinsetzen bitte Jakob! Schnell ein bisschen Gas geben! Frechheit ist das wirklich... Ist mir ja alles zu lang geht mit dir mein Sohn! So und jetzt nehmen wir nämlich den roten Frucht, sagt ihr! Frechheit! Damit ihr lieben! Auch bloß! Uiuiui! Ein Tagebuch ist ja voller Geheimnisse, wie ihr wisst! Wir werden euch natürlich auch gleich unser großes Geheimnis verraten! Erstmal gucken wir, was der liebe Jakob damals... Kurz den Schock genommen! ... am 5. März 2013 in sein liebes Tagebuch geschrieben hat! Ihr müsst euch jetzt wirklich mal in die Lage von ihm versetzen! Jakob ist 12 an dem Tag geworden! Ich weiß, was da passiert ist! Jakob ist heute 12 geworden! Liebes Tagebuch! Ich bin heute endlich 12 geworden! In der Schule haben mir auch die Mädels zum Geburtstag gratuliert! Sogar meine heißgeliebte Lisa! Ich habe sie, als sie mich umarmt hat, fast einen Ständer bekommen und bin schnell weggerannt! Ich mag sie immer noch... Ich mag sie immer noch so gern, auch wenn ich mich letzte Woche blamiert habe, als ich gefragt habe, ob sie auch bei FIFA tradet! Fußballtraining war gut, auch wenn mir das Duschen danach immer noch sehr komisch vorkommt, weil die anderen Jungs alle schon Haare an ihrem Schniedel haben! Ach, das war's! Was? Was? Gut, das ist der Endcode! Jakob ist! ich war schön kurz aber ganz gut abstimmen werden jetzt verloren community du hast erst losgespuckt also um die lisa gegen als ganz fairer schiedsrichter würde ich auch sagen nur ist als es noch um die lisa gegen ich will gar nicht nur ist sondern lieber luis zieler aufgabe oder man muss auch sagen es mit dem haar wuchs ist auch echt ein schwieriges thema ist verstanden langsam fängt im nacken an ich habe mir auch du wirst als geschenk verpackt das ist ja anders ja da gibt es jetzt aber mal richtig verpackt hier so also was braucht man ich würde sagen als erstes werken wir dich in diesem mantel ein aber ich finde auch schon gute grund so ein ganz normales ganz normales geschenk da aber nicht so ganz ich finde du bist auch süß oder bist du süß geschenk bist du süß ein süßes geschenk also nur ich mal ganz kurz das geschenkpapier kinder so dann würde sagen dann wäre ich einfach in diesen löslich als hätte ich komm stell dich doch mal hin doch nein nein wir haben noch wir haben noch hier haben noch utensilien kommt du bist auch ein süßes geschenk das tut mir wirklich leid erstmal doch das ist ja wie ein omlet hier das ist wie ein omlet das ist wie ein omlet warte warte komm wir riechen wir riechen dich einmal auf komisch zu kommen ja aber gut schaust du aus Das hast du nicht lange nicht so toll. Also wirklich. Komm, eins, zwei, drei, zwei, drei. Können wir dieses Bild einmal kurz einfangen? Das musst du wirklich... Komm, wir setzen uns mal neben dir. Einmal Jojo-Foto. Hier hast du noch einen kleinen Bart. Hier, guck mal, der bleibt doch auch leben. Sehr gut. Ich fühl mich hier auf der Kasse. Sehr gut. Ja, das ist toll. So, du bleibst jetzt hier liegen. So, und dann gucken wir mal an die Plätze. So, Leute, wollen wir mal... Wollen wir Luis eigentlich auspacken, oder sollen wir ihn einfach so lassen? Der Teppich war so unbequem. Boah! Boah, war das nassig. Das hast du aber stark durchgehalten. Boah, war das eklig aus. Siehst gut aus. Siehst besser aus als vorher. So, ihr Lieben. Ist also eine ganz kurze Abstimmung. Ist Luis jetzt immer noch zu sauber? Ja. Wir haben, glaube ich, gut nachgelegt. Auf jeden Fall. So, lass einfach so liegen. Also, winst du noch mal? Warte, lass mal ganz rein. Okay. Wir probieren jetzt erstmal unsere Cookies. Ich hab eben schon ganz leicht mal hier so... Okay. Aber es ist die Finale Stunde hat geschlagen. Wir werden jetzt unsere Kekse probieren. Genau. Und an der Stelle noch mal ganz kurz. Es ist bald soweit. Bald erzählen wir euch, was nicht nur wir drei, jetzt hier repräsentativ haben, nächstes Jahr, sondern wir als komplette Crew. Da gehören alle dazu, die in Bezug zu Erwerder Menschen stehen. Also, bleibt dran. Ihr könnt noch mal die Comments schreiben, was ihr glaubt, was vielleicht... Was passiert nächstes Jahr? Ja. Was machen wir? Wir haben den Hinweis gehabt, auch mit dem Kühlschrank unter anderem. Wir hatten andere Hinweise noch, auch mit diesen Backofen. Die Leute, die bis jetzt aktiv dran geblieben sind, die könnte ich dran erinnern. Mit einem Stern. Vielleicht mit mehreren Sternen. Also, gleich gibt's die Auflösung, aber ratet noch mal kräftig mit. Wir probieren jetzt die Kekse und dann wird's gejobbt. Okay. Also Jungs. Weiß ich nicht. Das ist doch schön. Weiß ich nicht, Digga. Boah, der hört gar nicht mehr auf. So ein bisschen Zitrone. So, dann machen wir dem hier noch so einen Schrank. Dann machen wir dem hier noch so einen Schrank. Boah, das ist ein schön Weihnachtskrank. Ey, ich hab noch nie etwas so dreckig gemacht, wie heute, glaub ich. Nee, ich glaub. Guck dich das mal an. Das ist einfach Ei, Sahne. Achtung, dass hier nicht das Mikro kaputt geht. Also, sorry. Ähm, darf ich nur ganz kurz dran erinnern, dass wir danach eigentlich direkt weiter wollten. Das sagst du mir immer. Und Julien, falls du es siehst, ich hab deine Schuhe an. Die hast du selbst gemalt. Luis, ich hab deine an, bei the way. Nein. Ja. Gauner. Okay, Jungs, lass uns best probieren. Boah. Ich hab gedacht, du brauchst noch ein bisschen Sahne. Da mal ein Stückchen, hier. Lasst euch schmecken, Jungs. Tschüss, Jungs. Ich hab eben schon probiert. Das ist echt eklig. Mh. 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 Ja. Mh. 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 Ganz kurz. Okay, Leute. Ganz kurz. Seid ihr bereit? Ich finde, wir sollten ein bisschen Spannung aufbauen. Okay. Einen letzten Moment, behalten wir noch mal Spannung drauf. Also. Nämlich, es wird passieren. Wir werden. Wir. Wer? Nämlich. Wir alle. Demnächst, zusammen mit Ben und Julien, die heute aussieht. Weil wir alle fünf Vereins sind und zwar schon drei Tage nach Weihnachten, werden wir alle zusammen. Vier Tage. In die USA. Wir werden alle in die USA zusammen. Wir gehen alle in die USA zusammen. Wir werden erst zusammen nach New York gehen. Danach gehen wir nach Miami, nach Tampa und dann nach Los Angeles. Da sieht man schon wunderschön. Es wird ein langer Trip. Es wird ein langer Trip werden. Wir werden, wir wissen noch nicht genau wie lange, aber wir werden euch alle auf der Reise mitnehmen. Wir lieben euch von Herzen. Wir freuen uns, dass ihr alle dabei seid. Und danke auch, dass ihr heute hier bei diesem geilen Stream dabei wart. Es hat mega Bock gemacht. Gesponsert von TikTok nochmal. Vielen Dank an der Stelle. Von daher. Dankeschön. Frohe Weihnachten an alle. Macht's gut. Ciao, ciao. Jungs, Alter. Jetzt wird sie nochmal verwüstet, oder? Verwüster? Willst du da oben verwüsten? Ja, ja. Die Pakete stehen hier noch so ruhig. Die Pakete? Ja. Die wird jetzt da wohl noch fest. Ja, selbstverständlich. Lass die oben leben. Lass die Leben. Lass die Pakete leben. Lass die leben. Alle. Lass die leben. Lass die leben. Lass die lieber leben. Ja, komm eins wenigstens. Ja, schmeiß eins. Ja, komm. Komm. Komm, ein großes. Komm, ein großes. Ja, komm. Weißt du was? Ja, komm, da kenn ich nichts. Nein. Nein. Gott sie, Gott sie. Oh. Hier. Warnabprallen. Warnabprallen. Oh. Warnabprallen. Jungs, wer geschaut das? Das ist ja wie mein Volkerball hier, du. Oh. Jungs. Digga, können wir euch nicht werfen. Leute, dankeschön fürs Zuschauen. Es hat mega, mega Spaß gemacht. Wir wünschen euch frohe Weihnachten zusammen von allen Elevator Boys gemeinsam. Vielen Dank. Hoffen ihr hattet Spaß und dann sehen wir uns. Bis gleich. Bleibt gesund. Mach's gut. Frohe Weihnachten. Mach's gut. Ciao. Bis zum nächsten Mal.